Okay Jungs, klappe zu und zuhören. Ich weiß, ihr seid gerade erst zurückgekommen und hattet noch keine Chance, das zu tun, was ihr sonst immer tut, wenn ihr zu Hause seid, was immer das sein mag. Aber die Ereignisse in Paranagua überschlagen sich. Heute Nacht werden wir Flugfeld und Lagerhaus des Pereira-Kartells angreifen. Sie haben den Strom immer noch nicht wieder einschalten können, also erwischen wir sie im Dunkeln. Unsere Hauptangriffsziele liegen im Regenwald nördlich von Santo Antonio. Wenn wir wieder abhauen, möchte ich, dass die Gegend da flacher ist, als die Pfannkuchen, die eure Muttis euch immer gemacht haben. Also Jungs, der Spaß geht los. Ja, klasse Holmes! Das ist die falsche Richtung, Holmes. Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, oh, klasse Holmes! Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Das machst du, Holmes! Ja, oh, klasse Holmes! Was machst du, Holmes? Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Die verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes! Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, oh, klasse Holmes! Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, oh, klasse Holmes! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, oh, klasse Holmes! Was machst du, Homs? Ja, genau so geht das, Homs. Ja, klasse, Homs. Steckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Homs. Ja, genau so geht das, Homs. Ja, genau so geht das, Homs. Wow, klasse, Homs. Klasse, Homs. Wow! Klasse, Homs. Was machst du, Homes? Wow, klasse, Homes! Versteckt dran, ihr Mistkäfer! Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Homes! Gute Arbeit, Jungs! Jetzt abzuhalten! Nach rechts, Homes! Was machst du, Homes? Ja, genau so geht das, Homes! Einfach weiter geradeaus, Homes! Das machst du, Homes! Wow, klasse, Homes! Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Lass Props da endlich mal ran, noch ein, zwei Treffer und das Ding spielt Schildkröte auf dem Rücken. Sieht so aus, als müsste dir beim nächsten Auftrag das meiste selbst erledigen. Ich habe zwar eine taktische Gefechtskarte des Gebietes, aber die eigentlichen Zielobjekte musst du mit Detour selbst finden. Aber ich werde euch nach Kräften mit so viel Informationen wie möglich versorgen. Dafür hast du nicht genug Asche, Homes! Dafür hast du nicht genug Asche, Homes! Ich bin die Informationen nochmal durchgegangen, die wir von The Man bekommen haben. Es geht wieder nach Mostavia beim nächsten Mal. Ich verlasse mich drauf, dass du wirklich dein Bestes gibst. Weißt du, diese Gegend, da steckt voller böser Erinnerungen für die meisten von uns und ich will, dass dieser Job so glatt wie nur möglich geht, Homes. Also ich liege da rum, träume von einem Date mit Hal Barry und die kleine Cora kommt rein. Mein Baby, gerade zwei Jahre alt, so süß wie Zuckerwatte, kommt einfach reinmarschiert und steckt mir einen Bleistift ins Auge. Na ja, knapp drunter zum Glück. Sagt ganz lieb, guten Morgen, Papi. Himmel, wieso muss man bloß Vater werden? Frag mich nicht, ich hänge an meinem Augenlicht. Siehst du, und darum trage ich also diese Sonnenbrille. Okay Jungs, klappe zu und zuhören. Lubinianische Truppen haben die slowekische Küstenstadt Trebla angegriffen, um Hilfsschiffe an der Landung zu hindern. Ihr werdet südöstlich der Stadt an Land gehen und unbedingt alle Küstenbatterien ausschalten, damit die Schiffe sicher einlaufen können. Wir agieren außerhalb der umstrittenen Region Mostavia-Watzka. Wenn also einer von euch gefangen genommen wird, werden alle Beteiligten wie immer alles abstreiten. Wir gehen eure Alibi-Geschichten im Flugzeug nochmal durch. Nein? Macht den Vogel fertig. Der Rest von euch packt seinen Kram und begibt sich an Bord. Pronto, der Spaß geht los. Was machst du, Holmes? Ja, geh verdammt nochmal aus dem Kram. Ja, oh klasse, Holmes. Ihr verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Versteckt da, ihr Mistkäfer. Was machst du, Holmes? Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh klasse, Holmes. Steckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Was machst du, Holmes? Ja, oh klasse, Holmes. Das ist die falsche Richtung, Holmes. Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh klasse, Holmes. Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Was machst du, Holmes? Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, vorst du, man ведert deinen Kram, McDonalds. Ja, ja, oh klasse, Holmes. Ja, klar, holt. Und dann modelo, wir kommen einige Jahre alt. Alles gut, denkst du, wenn man wieder kssehrt. Ah, steckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, klasse, Holmes. Das machst du, Holmes. Ja, klasse, Holmes. Ersteckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, klasse, Holmes. Das machst du, Holmes. Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Gute Arbeit, Jungs. Jetzt ab zum Treffpunkt. Ja, klasse, Holmes. Das machst du, Holmes. Geh verdammt, ja. Genauso geht das, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Ja, genau so geht's. Ja, genau so geht's. Da hast du's. Da hast du's. Die Tour hat sich bei mir beschwert über deine Leistungen da draußen. Und obwohl ich ihn kenne und weiß, wie er manchmal sein kann, vertraue ich doch seinem Urteil. Du solltest lieber mal gründlich mit dir selbst ins Gebet gehen und bald ein paar deutliche Verbesserungen an den Tag legen. Denn wenn sich die anderen Jungs auch noch beschweren, tut es mir leid. Dann bist du draußen. Okay Jungs, klappe zu und zuhören. Nach unseren extrem erfolgreichen Angriffen auf ihre Geschäftsbereiche haben sich die beiden größten paranaguanischen Drogenkartelle zu einer Allianz zusammengeschlossen. Ihr Kokain wird jetzt von einer Flotte schwer bewaffneter Kanonenboote transportiert. Von Morida über die Flüsse Tigre, Aguadas und Camara bis zur Hafenstadt Porto Mosquera an Paranaguas Westküste. Unseren Informationen zufolge verlässt der Konvoi Morida um 1728 örtlicher Zeit. Euer Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den Aguadas-Fluss erreicht. Ist das alles klar? Also Jungs, der Spaß geht los. Das macht's klar. Genauso geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Ich bin unterwegs, Holmes. Was machst du, Gefer? Dammt noch mal aus dem Weg, Holmes. Was machst du, Holmes? Gefer, dammt noch mal... Ja, genau so geht das, Holmes. Was ist das, ihr Monster? Ja, steckt dran, ihr Mistkäfer. Was machst du, Holmes? Ja, geh verdammt noch mal aus dem Weg, Holmes. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Was machst du, Holmes? Was machst du, Holmes? Gefer, dammt noch mal aus dem Weg, Holmes. Das war's. Was aber steckt dran, ihr Mistkäfer? Was machst du, Holmes? Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes! Was macht er? Genauso geht das, Holmes! Geh verdammt nochmal aus dem Weg! Geh verdammt nochmal aus dem Weg! Gute Arbeit, Jungs! Jetzt ab zum Treffpunkt! Einfach weiter geradeaus, Holmes! Nach links, Holmes! Einfach weiter geradeaus, Holmes! Nach links, Holmes! Einfach weiter geradeaus, Holmes! Einfach weiter geradeaus, Holmes! Was machst du, Holmes? Ja, genau so geht das, Holmes! Jao, klasse, Holmes! Steckt dran, ihr Mistkäfer! Jao, klasse, Holmes! Nach rechts, Holmes! Nach links, Holmes! Nach links, Holmes! Ich sag's nochmal klar! Genau so geht das, Holmes! Nach links, Holmes! Nach links, Holmes! Nach links, Holmes! Jao, klasse, Holmes! Einfach weiter geradeaus, Homes. Was machst du, Homes? Versteck dran, ihr Mistkäfer! Nach rechts, Homes. Ja, genau so geht das, Homes. Wow, klasse, Homes. Einfach weiter geradeaus, Homes. Sieht ziemlich angeschlagen aus, lass den Eimer reparieren, okay? Dog meint. Sieht so aus, als müsstet ihr beim nächsten Auftrag das meiste selbst erledigen. Ich habe zwar eine taktische Gefechtskarte des Gebietes, aber die eigentlichen Zielobjekte musst du mit D-Tour selbst finden. Aber ich werde euch nach Kräften mit so viel Information wie möglich versorgen. Da hast du es, da hast du es, da hast du es. Ich sag's dir ja nicht gerne, Homes, aber du gibst kein besonders starkes Spiltup da draußen. Ich fürchte, du musst dich noch etwas mehr anstrengen im Einsatz. Okay, Jungs, klappe zu und zuhören. Als Zugabe zu unserem letzten Einsatz geht's jetzt nochmal nach Paranaguya. Ja, genauer gesagt in die Küstenstadt Porto Moschera. Die Kartelle haben dort ein komplettes Vorratslager angelegt. Zerstört es. Und ich meine alles, Jungs. Gebäude, Kräne, Waffen, alles, was kein Gänseblümchen ist. Nein, sieh zu, dass die Charlie 1.30 um 09.15 voll aufgetankt ist. Also Jungs, der Spaß geht los. Ja, genau so geht das, Homes. Das machst du... Ja, oh, klasse, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Steck dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Jetzt machst du, Homes. Die verdammt nochmal aus dem Weg, Homes. Ja, genau so geht das, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Dies machst du, Homes. Die verdammt nochmal aus dem Weg, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Was machst du, Homes? Ja, genau so geht das, Homes. Wow, klasse, Homes. Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Homes. Dies machst du, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Homes. Geht verdammt nochmal aus dem Weg, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Versteckt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Ja, oh, klasse, Homes. Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Homs! Was machst du, Kerr? Genauso geht das, Homs! Versteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, genau so geht das, Homs! Wow, klasse, Homs! Versteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, das machst du, Homs! Versteckt dran, ihr Mistkäfer! Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Homs! Wow, klasse, Homs! Was machst du, Homs? Gute Arbeit, Jungs! Jetzt ab zum Treffpunkt! Nach rechts, Homs! Einfach weiter geradeaus, Homs! Nach links, Homs! Homs! Einfach weiter geradeaus, Homs! Nach rechts, Homs! Einfach weiter geradeaus, Homs! Nach rechts, Homs! Nach rechts, Homs! Da hast du's. Da hast du's. Da hast du's. Aber wenn sie irgendjemand knacken kann, dann The Wardens. Das könnte der letzte Nagel am Sarg der paranaguanischen Drogenkartelle sein. Also hämmert ihn schön fest herein. Also Jungs, der Spaß geht los. Drogenkartelle 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 Drogenkartell Ja, oh, klasse, Holmes! Was machst du? Ersteckt dran, ihr Mistkäfer! Was machst du? Ja, genau so geht das, Holmes! Ihr verdammt noch mal aus dem Weg, Holmes! Ja, genau so geht das, Holmes! Was machst du, Holmes? Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, oh, klasse, Holmes! Versteckt dran, ihr Mistkäfer! Ja, genau so geht das, Holmes! Ja, genau so geht das, Holmes! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann mit Freude melden, dass alle taktischen und Kommunikationssysteme voll einsatzbereit und online sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020